Was habt ihr so getrieben am Wochenende? Wie war euer Wochenende? Was habe ich überhaupt gemacht? Ich habe gepennt. Schlechtes Wetter, ich habe gepennt. Ich wollte schon zocken, aber ich habe gepennt. Dass er auf dem Ficken pennen kann, ich erinnere mich. Ich habe nur gepennt. Ich hoffe ich mache die Vorräte jetzt nicht kaputt. Und ich habe sie doch kaputt gemacht. Ja klatsch ruhig mal. Fängt ja schon wieder gut an hier. Es fängt ja schon immer schön an.